Hallo YouTube, die Kearsage ist in unseren Testschiffhafen eingelaufen und wir wollen uns das ganze Schiff mal ein bisschen genauer angucken, welches das dritte Hybridschiff in World of Warships werden könnte, diesmal für die Amerikaner auf der Stufe 9. Gutes Informieren! Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Ausblickfolge. Ja, der nächste Hybriddampfer ist angekündigt und jetzt haben wir ihn hier auch schon im Hafen und bevor ich ihn fahre, möchte ich ganz gerne meine Gedanken dazu mal ein bisschen mit euch zusammenfassen. Kurz zur Geschichte, basiert auf dem Entwurf 10.8.5.1 der amerikanischen Firma Gibbs & Cox vom Jahre 1937. Auftraggeber war interessanterweise nicht die US Navy, sondern die sowjetische Marine, welche Ende der 1930er an einem Schlachtschiff-Hybrid-Träger werkelten. Und der 73.000 Tonnen schwere Entwurf wurde jedoch als unpraktisch empfunden und verworfen. Die Sowjetunion gab später alle Pläne für solche Hybrid-Schlachtschiffe auf. Ja, und deswegen kommt es eben hier ins Spiel als Schlachtschiff für die Amerikaner. Ja, wer weiß, wann die Hybrid-Schiffe dann auch bei den russischen Vertretern hier kommen. Aber wir wollen uns mal angucken, wie der ganze Dampfer so ein bisschen aussieht. Bevor wir auf die Panzerung eingehen, gehen wir mal wieder ins Close-Up. Ich weiß, dass ihr das immer ganz besonders mögt. Und wir gehen hier mal so längs. Ich finde das Flugdeck extrem kurz gelungen. Ja, hier vorne ist die gepanzerte Brücke. Hier in diesem vorderen Bereich da. Da kann man gerade mal ganz kurz die Panzerung angucken. Ist das da schon zu sehen? Ja, genau. Hier ist nämlich der Kommandoturm. Und auch hier ist schon super viel von der Optik her mehr oder weniger fertig, wenn man dazu sagen will. Sieht für mich zumindest so aus. Der Schornstein erinnert mich so ein bisschen, würde ich fast schon sagen, an die Graf Zeppelin. Der ist nämlich auch so ein bisschen geschwungen. Ja, hinten haben sie dann wieder zwei Türme A3-Rohre, 406 mm Kaliber. Das hat übrigens zwei vorne, zwei hinten. Also insgesamt zwölf Mumpeln, die wir hier in der Luft haben können. Hier gibt es an der Seite noch Katapulte für irgendwelche Aufklärungsflieger möglicherweise. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch als Verbrauchsmaterial bekommen oder ob das eher optischer Natur ist. Der Flugzeugkanger hier ist in der Mitte drauf. Was sofort auffällt, wie groß dieses Schiff ist, finde ich. Also sehr, 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 sehr lang. Logisch, irgendwo müssen die Flugzeuge auch drauf starten. Hier vorne ist so ein Katapult. Ja, die Piste an sich, die reicht nämlich nicht aus. Vielleicht gerade mal zum Landen. Aber da musst du dann schon auch sehr genau landen mit deinem Flieger, damit du hier nicht vorne runterfällst, sozusagen. Wie gesagt, ich glaube, praktisch wurde der Teil nie gebaut. Das ist ein reiner Entwurf. Okay, dann schauen wir uns mal die Panzerung ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier 32 Millimeter Panzerung. Also klassische Panzerung für einen T9-Schlachtschiff. Overmatch, Yamato, Mosashi, Shikishima ist da möglich. Das Deck ist auch mit 38 Millimeter angegeben. Auch hier das Flugdeck. Das heißt also, amerikanische Panzerung. Die Decks sind dann nämlich 38 Millimeter dick oder sollte man eher sagen dünn. Ist ja durchaus anfällig, gerade dann, wenn die deutschen Kreuzer da mal rauf hageln zum Beispiel. Und naja, Brände sowieso. Dann haben wir hier die Aufbauten, die relativ präsent sind mit 19 Millimeter Panzerung. Da können dann auch die Zerstörer ordentlich reinhauen mit ihren HE-Granaten. Und wir haben hier auch dann wieder 32 Millimeter. Gucken wir mal, wie die Zitadelle so aussieht. Da haben wir hier 32, Kasematte 279, 279, 203. Da wird es auf jeden Fall scharf werden, die große AP-Granate, die euch overmatcht. Aber hier unten haben wir wieder nur 32 Millimeter. Da kommt es dann auch wahrscheinlich relative Panzerung an. Und wie sieht das vorne aus? Erstaunlich schmal, wie ich persönlich finde. Hier vorne ist wirklich nur der ganz kleine Bereich, der besonders dick gepanzert ist. Und dann hier, die 32 Millimeter ist halt wirklich ein ganz kleiner Steg nur, wie die Zitadelle da angebracht ist. Dann seht ihr an der Seite weiter. Kasematten Panzerung 330, hier oben haben wir 38, 330, 254. Und dann kommt der Torpedoschutz mit 32 Millimeter. Das nehmen wir jetzt mal weg und sehen, dass die Zitadelle, naja, sie wird wahrscheinlich auch mal erreichbar sein. Aber relativ satt unter Wasser liegt. Und trotzdem breit hätte, würde ich jetzt mit dem amerikanischen Dampfer hier auch nicht unbedingt zeigen wollen. Das sollte man ganz doll hier vermeiden. Man soll es immer vermeiden, aber andere Schiffe verzeihen ein bisschen mehr zumindest. Ja, das will ich eigentlich damit sagen. Dann haben wir 38 Millimeter durchgehend. Dann nehmen wir das auch noch weg und dann gucken wir uns mal die Zitadelle an. Dann haben wir hier nämlich nochmal 32 Millimeter. Das heißt 38 und 32 Millimeter hier sind ja nochmal 38, also sind wir so ein bisschen über 100 Millimeter, was am Ende für die AP-Bombe zum Beispiel überwunden werden muss, damit da unten dann getroffen wird. Die Seite hier an sich ist dann beim Zitadellenschotten machen wir mit 38 Millimeter gepanzert. Und hier sieht man halt, wie sich die ganze Zitadelle so aufbiegt, in Anführungsstrichen. Gut, dann sind wir einmal durch die Panzerung so ein bisschen durch. Und jetzt wollen wir uns mal dann die Überlebensfähigkeit angucken und das so ein bisschen einschätzen. Wir haben hier 84.300 Trefferpunkte und das ist exakt genauso viel, wie der Friedrich der Große hat auf der Stufe 9. Im B-Rumpf mit 24% Torpedo Schadensverregungswert sind wir aber sehr schlecht für Stufe 9. Die schlechtesten Schiffe sind so weit wie Iowa oder Georgia, die haben 25 respektive 26%. Wir liegen jetzt sogar nur bei 24, bilden damit das Ende. Zumindest jetzt so lange, wie das Schiff ein Testschiff ist. Wer weiß, was sich da in Zukunft noch ändert. Und dann kommt eben nicht die Artillerie, sondern dann kommen zuerst die Flugzeuge. Und da haben wir dann Schlachtflugzeuge mit Tiny-Tim-Raketen. Also keine Torpedobomber, wie wir das schon bei den anderen Hybrid-Schiffen so kennen, sondern hier eben dann Raketen. Die Flugzeuge mit 176 Knoten scheinen mir relativ zügig unterwegs zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch der Motorboost, der hier dann 5 Sekunden dauern kann, 216 Sekunden. Die 5 Sekunden und die Motorboost-Ladezeit von 10 Sekunden, das ist soweit ja Standard. 1.660 Trefferpunkte würde ich jetzt als soweit normal oder üblich für amerikanische Flugzeuge bezeichnen. Dann habt ihr jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber die erscheinen mir jetzt nicht besonders schlecht zu sein. Drei Flugzeuge starten, drei Flugzeuge greifen an. Jedes Flugzeug hat drei Raketen unterm Puppes. Das heißt, wir haben also neun Raketen im Optimalfall im Ziel. Und dann geht's los mit 5.400 Alpha-Dämpiger, ist ja genau der übliche Wert für Tiny Tim-Raketen. 68 Millimeter Pen reicht dann auch, um russische Decks zu penetrieren. Also wenn man eine Kremlin anfliegt jetzt zum Beispiel, Brandwahrscheinlichkeit mit 33 Prozent, erscheint mir auch recht ordentlich zu sein. Und wir haben hier eine Flugzeugwartungszeit von zwei Minuten. Und das ist ja doch relativ kurz, wie ich finde. Das erinnert mich so ein bisschen an die East, denn da können wir auch alle, oder Ise, so spricht man sie aus, auch alle zwei Minuten die Torpedobomber eben starten. Hier sind es dann eben die Raketen. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann praktisch alles anfühlt. Bei der Artillerie haben wir 406 Millimeter Geschütze. Das ist das übliche Kaliber, was wir auf T9 hier bei den Amis so erwarten können. 406 Millimeter an sich ist aber jetzt eher ein kleineres Kaliber, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist Mittelfeld. Die maximale Streuung auf eben 19,6 Kilometer beträgt 256 Meter. Ich finde auch die Feuerreichweite jetzt nicht gerade besonders hoch. Da sind viele Schiffe, selbst der Friedrich, der Große, kann weiterschießen als die Kearsage. Das heißt, wir sind hier schon mal aufgefordert von Valking mit unseren Schiffen einen Ticken näher heranzufahren, obwohl wir ein Hybrid sind. Dann haben wir hier mit 5700 Alphanage bei der HE-Granate halt auch nur einen durchschnittlichen Wert. 36 Prozent Brandwahrscheinlichkeit, 68 Millimeter Pen ist ein Sechstel. Bei der AP-Granate sind wir jetzt auch nicht besonders gut, sondern auch eher nur durchschnittlich. Und das, was mir hier sofort in den Auge sticht, ist die super, super langsame Mündungsgeschwindigkeit von nur 701 Meter die Sekunde. Gibt es eine Granate, die auf dieser Größe vom Kaliber her noch langsamer fliegt? Und mir fällt jetzt pauschal keiner einig. Ich dachte immer, 732 Meter wäre so das Langsamste. Hier sind es jetzt 701, das heißt, wir müssen Ewigkeiten weit vorhalten. Und das fällt mir persönlich zumindest mit amerikanischen Schiffen immer relativ schwer, mich dann da umzustellen von anderen Nationen. Bei der HE ist es ein bisschen anders. Da haben wir 820 Meter die Sekunde. Da sollten wir eigentlich eine relativ normale Flugbahn haben und dann auch ein normales Vorhalten haben, so wie man das vielleicht schon von anderen Nationen dann auch kennt. Da haben wir sekundär dabei mit 7 Kilometer Reichweite alle 6 Sekunden. 14 mal 2 scheint die Sekundär gar nicht mal so schlecht zu sein. Allerdings, ja, wir werden hier nicht die super Reichweite erreichen. Bei der Flugabwehr sind wir auch nicht super stark, denn auf T9 gibt es durchaus schon einige Schiffe bei den Amis, die dann auch über 400 kontinuierlichen Schaden erreichen. Verteilt ist hier bis 5,8 Kilometer dann für 245 Langstreckenschaden. Das ist ganz ordentlich der Wert. Wir haben ja oft so Situationen, wo der kontinuierliche Schaden recht hoch ist, aber dann nur in der Mittelstrecke ein guter Wert erreicht wird, wenn die Lang- und die Kurzstrecke dann eher schlecht sind. Hier ist es relativ gut verteilt. Ja, 245 halt auf Langstrecke, dann kommt die Mittelstrecke dazu ab 3,5 Kilometer bis 2 Kilometer 263 kontinuierlichen Schaden und dann haben wir nochmal von 2 bis zum Schiff ran 144, was dann diese Kombination des Schadens ausmacht. Und wir haben hier 10 Granatenexplosionen dabei, also das ist sicherlich eine gewisse Sache. Auf der anderen Seite kann man diese Granatenexplosionen auch immer ganz gut dodgen, gerade wenn man erfahrender Flugzeugträgerkapitän ist. Dann muss man mal schauen, wie sich das dann auswirkt. Aber halt hier wird dann die Langstreckenflugabwehr halt nochmal unterstützt mit 10 Explosionen. Gut, dann kommen wir zur Manövrierbarkeit und da wird es dann wieder ganz besonders interessant, wie wir uns dann da präsentieren. Wir haben hier 30 Knoten, damit sind wir gar nicht mal so langsam. Ich würde sagen Mittelfeld mit Tendenz zum vorderen Mittelfeld. Ja, gibt natürlich auch Schiffe, die noch ein bisschen schneller sind als das zum Beispiel Georgia mit 33 Knoten, die ja dann sogar Motorboost haben. Ja, also das ist sicherlich nochmal was anderes, aber 30 Knoten Grundspeed, das hat man auf T9 jetzt nicht so standardmäßig. Wenn wir uns jetzt angucken, Izumo mit 28, Musashi 27, Friedrich genau 30 glatt. Das ist also eine 1 zu 1 Kopie. Die Line 29,5 Knoten. Also da merkt man schon, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber mit 1050 Meter Wendekreis sind wir doch das unwendigste Schiff auf T9, zumindest was ich hier in der Vergleichsliste habe. Und dann haben wir eine Ruderstellzeit von 18,4 Sekunden. Da sind wir auch eher am unteren Ende der Ruderstellzeit bei T9 Schlachtschiffen. Bei der Verborgenheit wiederum sieht es ein bisschen besser aus. 16,4 Kilometer ist jetzt definitiv vorderes Mittelfeld. Wenn knapp, also nicht genau mittelfeld, vorderes Mittelfeld reicht es ganz knapp mit den 16,4 Kilometer aus meiner Sicht. Und ja, Nebel haben wir eh nicht dabei. Von daher ist es nur mal nice to know, wenn man mal von irgendjemandem einen Nebel gelegt bekommt. Aus der Luft sind wir 14 Kilometer erkennbar. Wir werden jetzt sicherlich auch nicht diejenige sein, der besonders häufig angeflogen wird. Aber es gibt definitiv Schiffe, die eine bessere Flugabwehr haben. Dann gucken wir einmal in die Ausrüstung rein. Bei den Verbrauchsmaterialien ist schnell erzählt, Standardschadensbegrenzungsteam. Wir haben eine relativ lange Wirkungsdauer mit 20 Sekunden. Das können wir auch noch ein bisschen pimpen, wenn wir die Kapitän gleich ausrüsten. Und wir haben eine Standard-Reparaturmannschaft. Keine 0,66 Prozent, sondern nur 0,5 Prozent der Gesamtrefferpunkte werden hier pro Sekunde wiederhergestellt. Ihr seht, HE, AP und dann eben diese Raketen. HE Schlachtflugzeuge. Und dann rüsten wir hier mal aus. Wir können hier nur Module einbauen, die üblicherweise auf dem Schlachtschiff dabei sind. Das ist also auch wichtig, dass wir hier nicht irgendwie die Flugzeuge verbessern können. Ich werde dann hier die Reichweite der Hauptgeschütze verändern, also verlängern. Trotz der langsamen Mündungsgeschwindigkeit hoffe ich, dass ich dann mich irgendwie adaptieren kann. Und da dementsprechend dann auch besser treffe mit der Zeit. Ich werde hier auf Tarnung gehen, weil, wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht super stabil gepanzert. Dann sind wir bei 14,8 und dann nehme ich den Artillerie-Plotterraum noch mit rein, um die Streuungs-Ellipse um 11 Prozent zu verringern. Dann sind wir wieder bei 255 Meter, schießen jetzt aber auch 22,7 Kilometer und nicht mehr nur 19,6. Gehen wir noch schnell zum Kapitän. Hier werde ich Not-Reparaturspezialisten mit rein skillen. Ich werde läufige Schmiert skillen. Dann nehme ich den Adralinrausch mit und baue mein Schiff komplett auf Survive erstmal auf. Grundlagen die Überlebensfähigkeit, Brandschutz, Tarnung und ich werde die Not-Reparaturexperten hier reindrücken. Wie gesagt, das Gute ist, ich kann dann immer noch mal überlegen und noch mal ein anderes Bild ausprobieren. Das ist jetzt meine erste Konfiguration für 21 Skill-Punkte. Ob mein Doppelkonzern mit dem Schiff spielen muss, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich denke, da werde ich auch mal noch mal was anderes ausprobieren, dann aber später im Test verlaufen. Und dann schauen wir noch, was an Signalen hier empfohlen wird von Wargaming. Mal gucken, was sie hier so reinsetzen wollen. Das ist dann ohne HE, ist ganz klar. Wir schießen hier hauptsächlich AP. Dann haben wir hier 1000 Sasser, Sierra Mike und dann die normalen Überlebensflaggen, die man für ein Schlachtschiff auf jeden Fall so anbringen sollte. Sehr gut. Das soll es gewesen sein von dem Ersteindruck und von den Gedanken. Ich bin gespannt, wie sich dieses Schiff auf T9 darstellt. Gerade weil es auch ein Schlachtschiff ist und damit die Überlebensfähigkeit von solchem Schiff natürlich relativ gut ist. Gerade wenn man die Tone kennt als T8, das ist ja schon so eine Sache, da muss man immer gut überlegen, wann man die Bomber startet hier. Wenn man da so einigermaßen spitz angewinkelt steht durch die dünne Zitadelle vorne, könnte man hier sicherlich regelmäßig auch seine Flugzeuge einsetzen, ohne zu viel zu riskieren. Die Tiny Tims, die werden sicher auch helfen, vielleicht, dass man zumindest den D spottet, ob man mit den Raketen durch diesen langen Zeitversatz, bis die Raketen dann auslösen, sind ja jetzt glaube ich 5 Sekunden bei den Tiny Tims, kann man sie vielleicht nicht wirksam bekämpfen, aber sein Team helfen, den D D aufzuklären. Das stelle ich mir auch noch relativ sinnvoll vor und sonst kann man mit dem Ding sicherlich gut Schaden auf Kreuzern oder eben Schlachtern machen. Ich bin gespannt, wie sich das Ding im Test so schlägt und wie es vielleicht verändert wird. Ich hoffe jetzt, das Video war für euch informativ, wenn es so ist, Daumen nach oben lassen, Kanal abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Gerne die Links nochmal unten abchecken, Social Media, Twitch, Facebook, Discord, sind wir überall vertreten, könnt euch gerne mit uns verbinden, würde mich sehr freuen. Und dann sage ich danke, wir sehen uns im nächsten Video oder dann halt auch im nächsten Livestream. Bis dahin, euer C-Krauz Team, euer Andi. Ciao, ciao.